Was ist das Thema Energiewende? Ich denke, insgesamt werden auf dieser Messe bzw. bei dieser Preisverleihung wertvolle Signale in Richtung Zukunft gesetzt. Und ich denke, das Thema Energiewende ist eine gemeinsame Verantwortung für uns, aber vor allem für zukünftige Generationen. Und mit dieser Verleihung bzw. insgesamt mit diesen Aktivitäten und Initiativen werden wichtige und wertvolle Signale Richtung Zukunft gesetzt. Das heißt also, es ist eine ganz klare Unterstützung aus Richtung der Wirtschaftskammer in solche Innovationen. Die werden dann auch gefördert. Inwieweit werden sie gefördert von der Wirtschaftskammer? Denn solche Ideen, viele Jungs haben ja gute Ideen, aber es mangelt manchmal oder oft an der Umsetzbarkeit, aus finanziellen Gründen oder Hürden, die es zu nehmen gilt. Ja, ich denke, diese Initiativen, diese Aktivitäten sind auf jeden Fall wertvoll zu unterstützen. Und mit diesen Initiativen werden Zeichen in Richtung Zukunft gesetzt. Wir von der Landwirtschaftskammer Steiermark setzen auch ganz stark auf Innovation. Und ich denke, das kommt auch hier zum Ausdruck. Und ich denke, das kommt auch hier zum Ausdruck. Und ich denke, das kommt auch hier zum Ausdruck.